Ja Leute und herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight, wie ihr seht, wir spielen Runde Amanda, weil ihr habt ja in den Livestreams meistens verfolgt, dass ich versuche halt noch die Amanda und den Clown zu meinen Main-Killern zu machen. Natürlich unter P3 dann versteht sich, ne, schön Prestige, da Freddy ja sozusagen schon P3 ist und eh mein Main ist, wie ihr in dem Video ja vorher gesehen habt, habe ich ihn da eine Runde vorher schon gespielt. Ich habe danach Hater Nachrichten gekriegt, ich bin Camper und Tunneler, aber ja gut, das ist halt so, ne, da lasse ich mich nicht bewirren, ich bin der Auffassung, nein, ich habe fair gespielt und das aus dem Munde eines Killers fair gespielt, gut, aber wie gesagt, Leute, ich halte davon nicht viel, ich werde auch meine Nachrichten hier ausschalten, weil ich finde es einfach lustig, super, fuck, was ist das? Was ist das hier? Das war jetzt ein bisschen sehr einfach, ne? Ich habe jetzt auch ein Ritual mit Amanda, viermal aus dem Hinterhalt schlagen, das ist sehr einfach, hätte ich gleich zweimal draus machen können, aber na gut. Dann werden wir das jetzt hier mal schon weiter durchziehen. Zweimal. Wichtig, dass ich sozusagen mein Ritual schaffe. Wo bist du denn jetzt hin? Ah. Drei mal. Komm, ey. Dafür kann ich jetzt wirklich nichts, ich werde diese Maske hier anbringen. Krieg ich dafür noch Punkte. Ja, und wieder ein Disconnector. Das passiert halt in der letzten Zeit sehr häufig von wegen Disconnecten. Hallo. Das war Lucy. Ich bin auch sehr spät losgekommen, bis ich dann geschnallt habe, dass Cassis leider noch draußen war. Ah, das ist ja eine ganz tolle Runde hier. Ich habe aber auch kein Mitleid mit euch, Schweinechen. Ich bin auch nicht 케ien. Ich bin ein paar Leute, die ich auch nicht unter. Ich bin 就是 auf jeden Fall. Ich bin aber auch nicht für das Waffe. Und das war. Ich bin immer noch ein paar Halt. Ich bin einfach auf. Ich bin überrascht. Ich bin sicher, nay ich bin noch nicht gehydrastruktur, sondern wir bin noch nicht dabei. Ah, shit, eh. Ah, shit. 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 schon wieder das gleiche spiel aber jetzt fühlst du dich ganz toll nachdem ich eine palette zerstört habe mit zum blenden penner alter so 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 ja schon wieder tja das war doch mal wieder eine erfolgreiche Jagd